Mit Stäben, kurzen und langen, lassen sich viele schöne Dinge machen, die auch Kraft geben. Wie Sie sehen werden, haben auch Kindergartenkinder, Sechsjährige schon Freude daran. In komplizierterer Weise kann man es sehr gut auch mit Jugendlichen machen. Denn da ist mal jemand. Tumba, 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 wir drehen rechts herum, diri, da, ri, dumm, dumm. Tra, la, 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 la. Stab in die linke Hand. Tumba, 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 wir drehen links herum, diri, da, ri, dumm, dumm. Tra, la, 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 la. So, jetzt mit vorwärts gehen, richtig fest stampfen. Tumba, 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 tumba. Wir drehen rechts herum, diri, da, ri, dum, dum. Tralalalalalalalalalalalala. Linke Hand, da kann man mal so richtig wütend tun. Tumba, 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 tumba. Wir drehen links herum, diri, da, ri, dum, dum. Tralalalalalalalalalalalala. Sehr gut. Vielen Dank.